Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt kann es ein bisschen weiter gehen. Ja, wir mussten einfach nur zurücklaufen hier. Ich glaube... Na komm, na komm, 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 komm. Sei dein paar liebe Gefüchter. Liebe. Ja, einmal vorbei. So. Einen Weg nach unten finden. So, die sind an mir. So, so, so. Dann gehen wir mal hier runter. So, das nehmen wir. Okay, okay, okay. Hier müssten ja dann irgendwo... nicht die Aufzüge. Scheiße. Okili-Dokili, hätte ja sein können. Ah, ja. Ich dachte, das wäre nochmal ein einfacher Weg zurück. Aber scheiß drauf. Ja. Warum so einfach? Wenn es auch schwierig geht. Wird ich irgendwas übersehen? Ach so, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe den. Upsa. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, sowas machen wir nicht. Hat ich hier rum alles aufgehoben? Ja. Ich gehe. Mein Gott, doch mal. Dankeschön. Ne! Hört doch mal auf! Geh! Scheiße. Das lohnt nochmal so. Nach Leben zu suchen. Okay. Zeig. Nein, nein. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Boah! Leben! Leben, Leben, Leben! Leben! Hier war sonst nichts. Okay, wir brauchen was auf Entfernung. Hallo! Okay, komm, 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 komm! Wo? Na, das siehst du. Geh doch. Versiegelt, versiegelt. Okay. Da! Warum kannst du immer so scheiße schnell und weiter kämpfen? Das ist eigentlich so ein bisschen unfair. Boop! Oh! Ich liebe die untere Ebene. Und ich liebe schwere Waffen. So. Hier ist auch nichts mehr. Okay, okay. Und das dann mal mit. Und das hier. Oh, schön. Das heißt, wir können wieder unsere liebste Waffe hier verwenden. Wo ist sie? Wo ist sie? Und da ist sie. Money, 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 money. Greif mich denn an! Oh, er wollte nur kuscheln. Okay. Noch was zu sagen? Nein. Okay. Schön. Da ist auch nichts mehr. Hier nichts mehr. Da ist was. So. Da können wir klicken. Hier ist nichts mehr. Nein! Da. Okay. Okay. Möp, 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 möp. Möp, möp. Okay. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nehmen wir uns das Leben mit. Okay. Hier haben wir da auch noch was. Kann man sogar nicht nutzen. Dann gucken wir mal hier. So, Lampe ist wieder vorne. Das Wichtigste ist bei sowas immer erst mal zurückgehen. Und davon ausgehen, dass hinter dir auch jemand ist. Oh, da ist er. Schön. Hey, hey, hey. Beschweig den Sterblichen. Hey! Warum hast du so eine Waffe? Was soll das denn? Hey! Nein, nicht ihr alle. Scheibenkleister. Okay. Wollen wir hier kommen? Wurstung. Leben. Leben! Keine Katten. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Wow! Okay. Ah, da. Pupp. Der Trick bei diesem Spiel ist immer im richtigen Moment Leben zu finden. Ah, da zum Beispiel. Ach, hier sind wir wieder. Schön, dass wir drüber geredet haben. Oh Mann, das hast du einen weiten Angriff. Oh Mann, das hast du einen weiten Angriff. So, einmal wieder mitnehmen. Noch mehr. So. So. Nehmen wir wieder mit. Okay, da können wir nicht rein. Da können wir rein. Booyah. 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 Okay, bevor da irgendwas jetzt angeht, speichern wir doch gerade erst mal. Hallo. Ah! Hey, ich wollte helfen. Hast du die gute Frau, der nicht gehört? Okay, da wollen wir auf jeden Fall nicht runter. Wir können da auch nichts machen. Wobei das schon ziemlich cool war. Das hat uns eine Monie gekostet. Also beim nächsten Mal sollten wir es vielleicht nicht machen. Ach, da ist ein Schild. Und den können wir sogar noch nicht mehr benutzen. So. Schönes Bild. Oh. Hey, ne, 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 ne. Okay, also was hier genauer passiert ist, wollen wir vielleicht gar nicht so wissen. Sammeln trotzdem mal alles auf. Und marschieren auch. Dann schon weiter. Okay, erst ein Aufzug, oder? Toiletten. Hey, je, je. Be, 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 be. Hey, was hast du denn so auf der Toilette gemacht? Da ist doch noch jemand auf der Toilette. Ich dachte gerade mal, man würde in dem Spiegel da erzählen. Ich war doch nur auf der Toilette, ja Gott, Mama. Ui, okay. Sacre blöd. Da wollen wir doch einfach mal in die zweite. Zack. So, wir nehmen alles mit, was geht. Hast du uns noch was da gelassen? Ich wusste es. Du würdest uns nicht einfach so gehen lassen, ohne uns bis da zu lassen. Na, komm schon. Noch irgendjemand. So, komm. Alles voll. Nehmen wir uns das mal mit. Und check mal die Lage aus. Nein, ich hätte gesagt, wir checken die Lage aus. Nicht, wir checken die Lache aus. Okay, wir nehmen das nochmal mit. Ach, was seid ihr alle doof? Okay, dann halt. Buh! Lage wollen wir nicht. Wir nehmen. Können wir davon nichts mitnehmen? Haben wir schon wieder alles voll. Ja, dann müssen wir diese Waffe doch gleich mal mehrfach verwenden. Können wir hier durch? Das wäre doch mal voll cool. Voll cool. Ach, scheiße. Egal. Kommst du voran, Marine? Dein Weg ist sinnlos. Du stirbst und deine Seele gehört mir. Du stirbst und deine Seele gehört mir. Und du dahin, du stirbst auch. Und deine Seele gehört ebenfalls mir. Was passiert da drin? Uh, das passiert da drin. Ich mag diese Tür hier unglaublich gern. Hast du das schon mal gesagt? Ja, Türen können Leben retten. Ganz klar. Schaden abwehren, Leben retten. Altmögliche. Alles uns. Ja, welche Tür nehmen wir? Können wir hier noch durch? No. Ne. Okay. Dann halt hier. Hello. Johnny ist da. Wir können hier weitergehen. Wollen wir das auch? Ja, das wollen wir. Ziemlich verwinkelt hier. Gucken wir mal hier. Okay, da wollen wir nicht weitergehen. Gucken wir mal hier. Na. Betruger. Betruger. Bist du jetzt auch zum Zombie? Wir können also nur auf diese Weise rauskommen. Ich brauche einen funktionierenden Klassen. Damit bringe ich den Teleporter wieder zum Aufruf. So muss ich in den Betriebsraten. Ich habe Sicherheitsbeigabe. Ich kann Ihnen die Türen öffnen. Na ja, also ich hätte auch noch so einen Plasma-Induktor einfach so dabei. Ich meine, so ein Ding, das schleppt mich alle Tage mit sich rum. Auf dem Weg hier bin ich wahrscheinlich auch schon zehnmal an einem vorbeigelaufen. Na komm. Komm, gehst mir. Schönen Tag. Ah, schönen Tag. Freundliche Frau. Mann, das gab Magazine. Das heißt aber auch nichts Gutes, oder? Fehlen Plasma, bla bla bla. Aha. Der Plasma-Induktor. Ich habe so das Gefühl... Nein, wir sollen dann da drüber springen, oder? Ich habe so das Gefühl, als ob ich jetzt hier eine sehr große Dummheit mache. Deswegen speichere ich dann doch mal lieber ab. Ich springe jetzt hier rüber. Ich sagte doch, ich meine, es ist eine große Dummheit. Ich bin jetzt hier rüber. Ich bin jetzt hier rüber. Wir haben nicht viel Zeit. Holen Sie den Classman, Doktor. Schnell. Warte, wir... Classman. Oh nein. Ja, ich würde sagen, dass ihr am Spamlex magt die Scheiße hier. Da muss man erstmal einen Weg finden. Okay, bis dahin. Tschüpp.